Was ist ein Terminus technicus? Wie bitte? Was ist ein Terminus technicus? Ist es das, worüber Sie reden wollen? Reden wollen? Lassen wir doch die Geheimnistuerei, oder Carol? Meinen Sie nicht? Ich will Ihnen was sagen. Wenn Sie eine Sache auf dem Herzen haben, die zur Sprache gebracht werden muss, meinen Sie nicht auch? Ob ich das nicht auch? Sie haben als Gesamtnote eine Eins. Aber wir haben erst das halbe Semester hinter uns. Die Note für das gesamte Semester ist eine Eins. Wenn Sie wiederkommen und sich mit mir treffen, ein paar Male, Sie haben eine Eins. Die Kommission wird tagen, ihre Beschwerde anhören, die vorzubringen, Sie das Recht haben. Und sie wird sie abweisen. Und Sie sind noch auch auf dem Herzen. Untertitelung des ZDF, 2020